Jo Leute, was geht? In diesem Video zeige ich euch die Fundorte der 5 versteckten Masken zum Freischalten der verschiedenen Varianten des Utopia Skins. Wenn euch noch Fortbytes für den Skin fehlen sollten, dann checkt auf jeden Fall auch die Playlist ab, die jetzt oben im Video eingeblendet wird. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.